Die Hannover Messe wäre keine Leitmesse, wenn sie nicht das Beste aus der gegengebenden Situation machen würde. Unser Signal hier aus dem Hub ist, dass die Hannover Messe auch inmitten einer Pandemie gebraucht wird. Das erkennen wir daran, dass wir 1800 Aussteller haben, die ihre Innovation zeigen wollen. Und so präsentiert sie sich in diesem Jahr eben in einem ansprechenden digitalen Format. Es geht auch darum, wie Fabriken sich in digitale Wertschöpfungsprozesse einbinden lassen. Wie schaffen wir es, diesen Pioniergeist Innovationskraft zu steigern? Es geht auch darum, dass die Hannover Messe anbinden. A lot of innovations tomorrow at the digital edition of Hannover Messe, so be sure to tune in again. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.